Eine Information an unsere Teilnehmer. Für die Platzierung später bitten wir, für jede Abteilung mindestens die ersten sechs Starter mit Pferd einzureiten. Also mindestens die ersten sechs. Sollte es Doppelplatzierung begeben, bitten wir natürlich entsprechend den siebten oder den achten dann auch noch mit Pferd zu kommen. Aber die ersten sechs sind verpflichtend mit Pferd eher einzureiten. Pferd. 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 Pferd.